Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Nikos Next Brots. Ähm, ich mach die Tür noch, ich lass die Tür einfach mal zu, ne? Ähm, hier in dem Raum ist es noch ganz sicher, wir können uns umsehen, alles ganz hübsch. Und ich glaub, ich... Ey, ich schau mich einfach mal... Ähm... Ey, Putin! Tschüss, Putin! Lass mich da rein! Mach die Tür zu! Okay, alles gut. Wir folgen Neymar, Neymar kennt sich aus. Guck mal, Neymar... Oh, hier können wir lang gehen, dann gehen wir doch hier lang. Gucken wir mal hier rein. Ich weiß halt echt nicht, wo ich hingehen muss und so. Ich wollte eigentlich auch Goofy Runners aufnehmen, aber... Das Spiel ist grad privat zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Also, wird daraus nichts? Ich fühl mich grad hier irgendwie ein bisschen alleine. Da hinten ist die Tür. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hi, Shark Switcher. Läufst du vor was weg oder läufst du zu mir? Okay, ich folge Void, ich folge Void. Mir wird hier schon nichts passieren. Aber es ist ein hübsches Spiel, oder? Ich weiß zwar nicht, wie ich hier hingekommen bin. Ich weiß nicht, warum der Boden so selten geputzt wird, aber... Ich laufe einfach mal dem Tunnel entlang hier hoch. Oh Gott, ich hab hinter mir was gehört. Ich laufe einfach weiter, ich laufe einfach weiter, ich laufe einfach weiter. Ah! Ah! Mach die Tür zu! Und lass die Tür zu! Ich will da nicht rein! Ich geh mal hier runter, okay? Oh Gott, hast du mich grad erschrocken. Hier gibt's wenigstens Snacks. Was gibt's denn hier Feines? Kann man alles gar nicht richtig er... Keine! Oh Gott, der will nichts von mir. Gut, 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 gut. Ach ja. Na? Toiletten. Geh natürlich aufs Jungs-Klo. Aber ich muss kurz... War hier jemand? Locked and loaded, ja. Die Dinger können nicht durch Türen gehen, oder? Okay. Denn da hinten geht's, glaub ich, gut. Ich glaub, da hinten ist wieder der Anfang. Und da hinten... Ist auch Sonic! Oh mein Gott, Sonic! Nein! Gehst du weg! Geh... Nein! Nein, gehst du weg! Gehst du weg! Lässt du mich in Ruhe! Gehst du... Jetzt gehst du... Oh, da gehst du... Warte, da kann ich... Nein! Bitte... Mach die Tür wieder zu! Gehst du weg! Gehst du weg! Gehst du weg! Nein, geht weg! Nein! Okay. Okay, sie können Türen öffnen. Mach mal die Tür zu, solange die da sind. Leute. Leute, wir brauchen einen Plan. Wir müssen hier irgendwie entkommen. Und solange die Typen hier vor der Tür stehen... Mach mal zu. Halt mal die Guschen da vorne. Hallo, halt mal die Guschen, hab ich gesagt. Ach komm, ich geh immer zu dir raus. Ich geh doch nicht zu dir raus. Ähm. Äh, solange die da draußen warten... Hm. Guck mal, jetzt ist alles schön. Jetzt ist nicht mehr schön. Jetzt ist alles wieder schön. Und jetzt kommt er wieder hierher. So ein Spawn-Camper. Alter. Stimmt. Ich hab ja den Kassem, äh... Uff-Sound noch in meinem Spiel drin. Ey, hör auf, die Tür kaputt zu machen. Komm, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Hier kann ich nicht lang? Kann ich hier lang? Please? Ich guck einfach mal, was hier so zu finden ist. Hallo, darf ich hier durch? Please? Gibt's einen Schalter? Kann ich mich hier durchglitschen? Okay, ich komm hier nicht lang. Geh ich einfach mal hier die Leiter hoch? Oh, ein Radio. Wie schön. Aber... Oh Gott. Oh Gott. Warum läufst du zu mir? Er ist gestorben. Ich hab ihn grad sterben hören. Komm, Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Okay, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Ich lauf einfach weiter. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Er ist direkt hinter mir. Okay, gut. Alles ist tamam. Solange diese sogenannten Next-Bots alle mal spawn-campen, sollte ich hier doch sicher sein. Hier steht Error. Okay, hier... Nein! Ich bin jetzt eingesperrt. Ähm... Hallo? Entschuldigung. Hallo? Könnt ihr bitte wieder aufmachen? Dankeschön. Ich weiß nicht, macht das jemand auf oder passiert das von alleine? Ich weiß es nicht. Also hier gibt es einen Pfeil, der zeigt auf den Fahrstuhl. Ich interagiere mal mit dem Fahrstuhl, dann bin ich, glaube ich, durch, oder? Ich bin in den Backrooms. Yay! Bin ich wieder. Hallo? Ich gehe wieder. Tschüss! Ach ja. Gehen wir lieber die Treppe hier. So, eine Etage höher. Ein Fußball. Ein ziemlich großer Fußball. Ey, ich kann ihn kicken. Wisst ihr, Mero war mal Fußballer. Ja. Ich glaube, ich gehe einfach weiter Treppen hoch. Gehe nochmal Treppen hoch. Einmal gucken. Hallo? Okay, und dann nochmal höher. Interagieren. Okay. Ich bin in einer Safe Zone. Yay! Ich habe es geschafft. Man muss hier nur die Treppen hochgehen. Er ist glücklich. Ach ja. Ah, das Radio, das nervt mich. Warte. So. Ähm, da hängt eine Toilette an der Decke, Leute. Hier ist ein Spiegel. Ach ja. Da ist ein Fußball. Guck mal, ich kann hier so ein bisschen durch die Wand durchgucken. Und? Aha. So sieht das da also aus. Und hier? Da ist nix. Doch, da ganz hinten am Horizont ist was. Okay. Oh, hier ist das Treppenhaus. Interessant. So, aber ich denke, ich habe jetzt genug Zeit in der Safe Zone verbracht. Gehen wir wieder raus. Weil hier komme ich ja irgendwie nicht weiter, ne? Ich höre da hinten Geräusche. Die gefallen mir nicht. Also irgendwie von da kommen so Geräusche. Ah! Geh weg! 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 Bitte! Bitte! Bleib weg! Geh weg! Fahrstuhl! Sonic! Nein! Geh! Ah! Oh Gott! Ich will nicht respawnen. Ich bin wieder am Anfang. Wo kamt ihr denn alle her? Ich bin nicht mehr am Anfang. Ich bin jetzt hier. Das ist woanders. Ich bin woanders, Leute. Also ich bin immer noch am selben Ort, aber ich bin woanders gespawnt als sonst. Das ist nicht gut. Wo kommst du denn schon wieder her? Alter, wie schnell ist der? Der hat mich einfach überrannt. Ich habe mich so sicher gefühlt und dann kam der aus dem Nichts. Der dachte sich so Yolo, Maudadolo. Ich gehe raus. Ich lasse mich von ihm nochmal. Oh, zwei Leute. Okay. Warum hast du uns das zugelassen? Warum hast du zugelassen, dass er die Tür kaputt macht? Oh Gott. Ja. Ähm. Ich brauche... Aua, wie hast du mich getroffen? Okay. Jetzt bin ich wieder hier gespawnt. Und das ist wieder der Ursch... Okay. Es gibt unterschiedliche Spawnpunkte. Das macht Sinn. Und da kommt der Typ schon. Gehst du weg von mir? Ich laufe jetzt hier vorbei. Wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott. Ich gehe zu den Backrooms. Dafür muss ich doch nur hier die Rolltreppen hoch. Der war es nicht. Aber ja, dann muss ich hier lang laufen. Hier lang laufen. Dann einmal quer durch. Quer durch. Quer durch. Quer durch. Quer durch. Nein, nicht schließen. Ah ne, das war sowieso nichts. Ah, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Da hinten. Das sind die Backrooms. Das sind die Backrooms. Ah. Ah, da wären die Backrooms. Okay, wir müssen in die Backrooms kommen. Ich höre nur Leute sterben. Ich höre nur Leute sterben. Lass mich in Ruhe. Ich bin auf dem Klo. Sonic. Sonic, please. Okay, hier will ich nicht mehr sein. Ich laufe jetzt einfach durch. Ich laufe jetzt einfach durch. Sonic, du kriegst mich nicht. Ich bin schneller als du. So, wir gehen jetzt in die Backrooms, Leute. Wir gehen in die Backrooms. Das ist mein einziger Weg hier raus. Also erst mal hier lang. Oh Gott, wo bin ich? Muss ich hier lang? Nein. Oh Gott, wo genau bin ich? Ich laufe mal hier lang. Ich muss mich erst mal zurechtfinden. Hier kann ich nicht lang. Aber vielleicht, wenn ich ein bisschen warte. Vielleicht geht das Tor dann auf. Ich weiß wieder, wo ich bin. Von hier aus muss ich nach Sonic. Ich muss an Sonic vorbei. Ich bin schneller als du. 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 Ja, bitte. Nein, gehst du weg? Sonic hat mich erwischt. Okay, okay, okay. Wir haben es. Einfach nur hier einmal schnell durch. Mist. Man kann doch nicht klettern, oder? Wenn ich so diesen mache. Von hier aus muss ich nochmal wohin? Ja, ich muss. Ich muss dahin, wo er ist. Oh Gott, nein. Lass mich kurz in Ruhe. Okay, hier nach links. Und hier muss ich dann da zu der Rolltreppe. Rolltreppe, Rolltreppe, Rolltreppe. Von hier aus nach links. An ihm vorbei. An ihm vorbei. An ihm vorbei. Warum ist das schneller als ich? Komm schon. Ich versuch's nochmal. Hier zur Rolltreppe. Und jetzt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und dann hier direkt. Und in die Backrooms. Jetzt muss ich einfach nur in den Backrooms überleben. Okay. Gehst du weg, Spongebob? Spongebob, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wenn Tadeus davon erfährt, Spongebob. Lass das. Ich sag, Mr. Krabs, er wird dich feuern lassen. Bitte, Spongebob, bitte. Ich hab dir nie was getan. Hör auf. Hör auf. Interagieren. Er hat mich erwischt. Okay, ich wurde erwischt. Wenn ich jetzt respawne, bin ich dann wenigstens in den Backrooms. Nein. Der Albtraum beginnt von vorne. Okay. So, dann probieren wir es halt noch einmal hier lang. Wo bin ich denn? Ah, hier, hier lang, hier lang. Ich muss an ihm vorbei. Nein. Ah. Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Bis jetzt. Daager attackiert sich unter.